Ich weiß ja, Kalli, das wird's mir erklären. Pfosten, wissen Sie, sind, wie man sagt, quasi Trotteln. Nicht direkte, aber immerhin Leute mit einem gewissen Gläscher. Und die hat der Kalli unter sich. Der Kalli fährt mit dem Stapler umeinander und die Tschuschen, laden auf, laden auf, laden auf, eh klar. Sie sind also Staplerfahrer? Ja.